Hallo, liebe Fußballfreunde. Thema SV Elversberg. Zweite Bundesliga 2024-2025 dritte Spieltag. Karlsruhe SC gegen SV Elversberg. Ergebnis 3 zu 2. Start 11. Karlsruhe SC weiß, jung. Start 11. Karlsruhe SC weiß, jung. Manke, Professe, Günther, Jensen, Raurik, Winsek, Sefatensee, Schuster. Start 11 von SV Elversberg. Christoph Baum, Ricard, Junior, Neubauer, Flauer, Zahin, Pfeil, Damer, Assani, Schnellbecher. Das war's von Karlsruhe SC gegen SV Elversberg. 15 Uhr 46. 15 Uhr 46. Nachtsruhe SC DEUZ, BOS Zoo 45. Vielen Dank.